Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft, wir sind in Folge 796, wir sind dabei, jetzt gerade mal ein bisschen Melonenpflanzen hier zu farmen, zu farmen, zu farmen, zu setzen, wir wollen hier mal ein bisschen Gas geben, genau, gucken auch, dass wir hier überall Seeds hinsetzen, dass wir auch kein Seeds vergessen, weil das wäre natürlich doof, denn Seeds wollen wir auf gar keinen Fall vergessen. Das wäre nämlich das absolute Nova, aber gut, das ist ja nicht so wild, mal gucken, 5, so, guck mal, das war jetzt ein Stack von da hinten, wo? Äh, stopp, ich wollte die doch hier umrechnen, da rein. Das ist das Schöne an den Melonen, wir können genau das umkraften, was wir brauchen. So, dann müssen wir auch gleich genau wieder ans Wasser kommen, dass wir das, auf jeden Fall, das werden wir gleich erstmal verteilen. Wunderbar. Keiner sieht's mehr, okay. So, wir können wir auch einmal vollsetzen. Ich denke mal, das ist alles gewesen, so, wir machen das jetzt einfach mal so, wir gehen erstmal, dass wir nicht immer so viel laufen müssen, für nix quasi. Haben wir das auf jeden Fall hier. Wunderbar, wunderbar. So, wir wollen aber erstmal ganz kurz hier diese fließende Quelle wegmachen, genau, dankeschön. Und setzen hier mal ein bisschen Wasser rein. Das ist schon mal von Vorteil. So, wunderbar. So, danke mir, jetzt nämlich hier. Wie viel haben wir denn eigentlich noch? Wir haben danach gar keine mehr. Ist egal, dann können wir jetzt nochmal kurz ein bisschen, ein bisschen hier vorbereiten, genau. So, und dann einmal kurz zurücklaufen und die Melonenpflanzen holen. Super, 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 super. Was haben wir da wieder? 54, ich habe sogar noch einen Stack da. So, dann können wir das einmal hier wunderschön besiegen, besiegen, besammen, wie man so schön sagt. So, dann fehlen ja gar nicht mehr so viele, aber wir brauchen 32, 16. Ja, 16 wird das reichen, aber... So, dann nochmal 8 erst mal. Aber wir müssen ja hier auch noch... Okay, gut, das habe ich nicht gedenkt. So, dann werden wir auf jeden Fall die 32 brauchen. Und dann müssen wir diese Seite durch haben, genau, und dann ist diese Seite noch dran. So, ja, wir haben ja nicht mehr, also wir haben ja nur noch 8. So, jetzt brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 6 Stück kommen, die 6 Stück kriegen wir noch voll. So, ja, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So, jetzt müsste theoretisch auf jedem Ding... Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... So, jetzt müsste theoretisch auf jedem Ding... Ach ne, da fehlt noch 1, okay. Gut, 1 brauchen wir noch. Schade. Schade Schokolade. Ach, guck mal, hier liegt sogar noch was. Liegt noch 4 Stück. Noch 4 Stücke lagen da. So, wo ist denn das gute Stückchen? Gut, dann hätten wir das doch schon mal durch. Jetzt geht es weiter mit der Erde. Würde ich mal sagen, wir haben Erde, Erde, Erde. Hier können wir einfach mal für die Erde setzen. So, und ja, das schickt er erstmal. Das Ganze schon mal hier auf diese Höhe. Versetzen und das gemessen so lassen. Die werden wir so wie es so brauchen. Wunderbar. Das ist doch, guck mal, haben wir das da auch schon? Können wir auch bald... Ach ne, hier, das ist doch, das ist schon richtig. Hier müssen wir nämlich voll setzen. Wunderbar. Und dann können wir nämlich hier einmal das hier fertig und rechts setzen. Ich weiß jetzt so gar nicht, wie ich das am Ende gemacht habe. Ob ich das einfach mit dem Gravel hier auslaufen lassen habe. Ich denke mal schon. So werden wir das auf jeden Fall jetzt erst einmal tun. Wunderbar. Hier ist auch eine Spinne. Das ist ein bisschen doof. Super, 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 super. Jetzt können wir einmal mit unserem Gravel nehmen und gehen einfach mal weiter rum. Erde. Okay. Okay, okay, okay. Gut, dann machen wir das so. Und dann machen wir das so. Geht ja auch. Ja, wir haben das hier mit Gravel ausgehen lassen. Das ist dann okay. Dann weiß ich das. Dann können wir das ja hier so einfach setzen. Wunderbar, wunderbar. Oh, guck mal. Ein Eisengolem stirbt. Ein Eisengolem, ein Eisengolem. Soll es müssen wir gleich am Schluss sein. Genau. Super. Jetzt noch ganz schnell. Also ein paar Blöcke. Komm, die kriegen wir noch hin. Ne, wir haben kein Gravel mehr. Doof. Dann müssen wir uns hinlegen. Ins Bettchen müssen wir gucken, ob wir noch irgendwie Gravel hier auffinden können. Das ist ja nicht mehr so viel. Aber ist ja schon mal gut, das was wir mitgenommen haben. Nie. Nie, 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 nie. Gravel, Gravel, Gravel. Eindersite. Nie. Kein Gravel. Aber da können wir wenigstens hier schon mal so was mit dem. Hier so einzelne. Einzelne Dinger, die schmeißen wir dann schon mal runter in unser Lager rein. Da holen wir uns jetzt noch Gravel. Es sei denn, wir haben hier vorne Gravel. Gravel, Gravel. Nee, kein Gravel. Stone. Stone. Und das ist halt kein Gravel. Aber wir hatten hier noch Seeds. Und Äpfel. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. So, wir könnten auch einfach mal auf Spaß hier so. Ja, nur drei Atems reinschmeißen. Weil die brauchen jetzt eine halbe Minute, bis die da sind. Eine halbe Minute brauche ich auch so ungefähr, bis ich da bin. Die sind sogar wahrscheinlich noch vor mir da. Ja, guck, sag ich doch. Die sind sogar noch vor mir da. Dann können wir das reinschmeißen. Das können wir reinschmeißen. Guck, da kommen sie jetzt an. Das können wir da reinschmeißen. Und die können wir da reinschmeißen. Und die Erde, die schmeißen wir einfach mal hier rein. Obwohl, was? Da ist kein Braum. Brauchen wir die noch? Wenn nicht, holen wir uns die später wieder. Wir wollen jetzt erst mal noch ein Stack Gravel. Den müssen wir uns erst mal holen. Und wo haben wir denn denn da? So ein Stack. Warte mal, wir können auch einfach mal das so machen. Genau. So, also Gravel haben wir nicht mehr viel. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mal Gravel. Superschön. So, warte mal, hier können wir doch bestimmt wieder. Hello. Ich wollte doch eigentlich nur hier so ein... ...einen Jump Boost hier rausholen, dass eben hier... ...genau ein bisschen höher kommt, dass man von hier fliegen kann. Aua. So. Wunderbar. Ähm, wir setzen zuerst mal Gravel. Wir hätten auch gerade... Naja, ist eigentlich egal, ne? Wir können auf jeden Fall Wasser schon mal mitnehmen. Und dann laufen wir hier rüber. Irgendeine Hochgeschwindigkeit. Fast. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser setzen. Na, das machen wir. Ne, wir setzen jetzt erst mal Gravel. Komm. Oh, guck mal. Fertig. So. Äh, weil der in der Mitte Anfang doof ist. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Wir, äh... Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Das würde mir auf jeden Fall sehr viel helfen, wenn ihr mal eine positive Bewertung da lässt oder ein Abo. Würde ich mich echt drüber freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020